Ein Dschihad-Rückkehrer. Ein Terrorist kommt nach Hause. Illegal eingeschleust. Wir haben ein Loch im Sicherheitssystem. Ja, sieht so aus. Seine Drohung unmissverständlich. Wir werden Krieg und Tod in eure Länder bringen. Von Hass getrieben ist er zu allem bereit. Es gibt keinen Gott außer Allah. Das ist mein Anfang, das ist mein Ende. Tatort Sonntag, 20.05 Uhr SRF 1